Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wenn es eine Grenze gäbe, also beim Universum, fragt Priska M., würde dann nicht dort expandierende Materie wie zum Beispiel Galaxien kollidieren? Ja. Und? Ich habe leider zu viel Vorwissen von dir, als dass ich die Frage wirklich... Naja, aber... Das musst du beantworten. Aber man kann es ja schon verstehen, das Universum expandiert und dann muss es ja auch ein Außerhalb geben und zwischen dem Außerhalb und dem Universum, da gibt es eine Grenze und da, wo das Universum zu Ende ist, wenn da was hin expandiert, also wenn die Grenze schon da ist und dann möchte was da hin, dann... Stoppt alles. Stoppt alles, genau. So ein Stau praktisch, so ein kosmischer Verkehrsstau am Rande des Universums. Ist eine wunderschöne Vorstellung, ist aber völlig falsch. Also, das Erste ist mal, das Universum hat keine Grenze, soweit wir wissen. Also, es ist nicht so, dass da eine Grenze ist, wohin, also so eine Kante, wo ein Universum sich hin entwickeln könnte. Nichts, gar nichts. Dass Galaxien miteinander kollidieren, das kommt im Universum ja vor. Und zwar nicht an den Grenzen, sondern an vielen Ecken. An allen möglichen Ecken und Enden. Nämlich genau da, wo Galaxien sich besonders nah sind, da spüren die ihre gegenseitige Schwerkraft und dann können die zum Beispiel verschmelzen. Hier, in fünf Milliarden Jahren wird es soweit sein. Ja, wir haben schon einen Urlaubsstopp seitdem, wird das wissen, weil die Andromeda-Galaxie mit unserer Milchstraße zusammenstoßen wird. Das wird ein Sternenhimmel werden, aber darum geht es ja nicht. Also, das passiert auf jeden Fall. Große Galaxien verschmelzen mit kleinen, aber manchmal sind sogar ganz große Galaxien, die mit ganz großen Galaxien verschmelzen. Also, die Kollision von Galaxien, das hat mit dem Universum nur insofern was zu tun, als eben in diesem Universum die Gravitation immer am Werk ist. Die führt dazu, dass Galaxien, also überhaupt Massen aufeinander wirken. Und wenn jetzt eben an einer Stelle die Masse ein bisschen, Massendichte ein bisschen höher ist, dann wirkt da mehr Schwerkraft und dann bewegt sich eben alles in diese Richtung. Die Gravitation ist es übrigens auch, die dann etwas darüber aussagen könnte, wie das mit der Grenze des Universums ist. Das Universum hat mal irgendwie angefangen und unsere Idee, also unsere, das ist jetzt die Idee von den Astronomen, ist ja, dass mit dem Anfang Raum und Zeit entstanden sind. Also, es ist nicht so, dass das Universum in einen bereits existierenden Raum sich hineinbewegt hätte, sondern mit dem Universum ist quasi direkt verbunden die Entstehung von Raum und Zeit. Und deswegen kann ein Universum auch gar nicht an seine Grenzen kommen, weil es ist seine Grenze und es ist alles, was da ist. Ein bisschen komisch, so schwierig zu verstehen. Gehen wir mal ins Fenster der Erkenntnis. Und jetzt, ich würde mich ja am liebsten immer mal so schön weit rauslehnen, ja, das heißt ja so schön, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Man merkt bei dieser Frage das Problem, was wir alle mit kosmologischen Fragen haben. Wenn nämlich das ganze Universum zum Gegenstand physikalischer Forschung wird, dann versagt unsere Anschauung. Warum? Weil das ganze Universum ist eben doch ein bisschen viel. Also, es handelt ja von allem, was da ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel wissen möchte, gibt es da eine Grenze? Noch besser ist die schöne Frage, welche Form hat eigentlich das Universum? Da wird natürlich klar, dass wenn man ein ganzes Universum, ich stelle mir das jetzt mal so vor, ich habe hier das ganze Universum so vor mir. Ah, merken Sie was? Ich bin nämlich draußen. Ich muss raus aus dem Universum, um zum Beispiel etwas über die Form oder gar über die Grenze des Universums versagen zu können. Das geht überhaupt nicht. Also, die Antwort auf die Frage lautet, nein. Und zwar ganz allgemein nein. Es gibt keine Grenze des Universums und an dieser Grenze würden auch keine Galaxien kollidieren, weil es diese Grenze nicht gibt. Aber Galaxien kollidieren, weil die Schwerkraft tatsächlich überall im Universum wirksam ist. Und sie ist vor allen Dingen da stärker, wo die Massendichte höher ist. Also zum Beispiel in Galaxien. Man sieht tatsächlich, das gesamte Universum, sozusagen um uns rum, ist so strukturiert. Wir haben riesige Leerräume. 75 Prozent des Universums sind total leer. Und an den Wänden dieser Leerräume, da versammelt sich die Materie teilweise in Knoten zusammen. Also es heißt, Galaxien verschmelzen zu größeren Galaxien. Dann verschmelzen größere Galaxien zu Galaxiengruppen oder Galaxienhaufen. Die Galaxienhaufen verschmelzen zu Galaxien Superhaufen. Und so bilden sich unglaublich große Wände aus, in denen die Materie sich anlagert und strukturiert. Und diese Strukturen, die sind dann um sogenannte große Leerräume, die Voids. Und da ist nichts drin. Also es ist ein großes kosmisches Netz und das gibt es überall im Universum. Und das ist grenzenlos. Eine andere Frage zum Thema Grenze, Benni ist auch schön. Elke B. fragt, warum gibt es einen absoluten Nullpunkt bei der Temperatur? Und was hat es damit auf sich? Ich meine, es gibt ja so Beziehungen, die sind an einem absoluten Nullpunkt angekommen. Aber das will sie nicht wissen. Nein, sie möchte eine ordentliche physikalische Erklärung haben. Warum gibt es einen absoluten Nullpunkt bei der Temperatur? Temperatur hat was mit der Bewegungsenergie der Teilchen zu tun. Also Bewegungsenergie ist ja kinetische Energie und die Temperatur ist ein Maß für die Bewegungsenergie der Teilchen. Das heißt, wenn die Teilchen schnell sind, dann ist die Temperatur hoch, sind die Teilchen langsam, dann ist sie niedrig. So, und der absolute Nullpunkt, das wäre jetzt quasi der Moment, wo sich nichts mehr bewegt. Also gar nichts mehr. Also klar, ich würde auch nichts mehr sagen dann. Benni würde allerdings auch seine Kamera nicht mehr benutzen. Das ist ja schon zu viel. Also dass da was passiert, ist schon zu viel. Beim absoluten Nullpunkt passiert überhaupt nichts mehr. Also Zero. Und den gibt es eigentlich gar nicht. Weil nämlich im Universum immer was passiert. Ja, wie lange muss man warten, bis man sieht, ob sich ein Teilchen nicht mehr bewegt? Puh, also man muss es praktisch ununterbrochen beobachten, um zu sehen, ob es einen Unterschied gibt. Diese Zeit, in der sich noch was bewegt, hängt ab von der Energie, die das Teilchen hat. Energie ist ja dann auch wieder die Temperatur. Das heißt also, irgendwann da unten hat man, also bei der unten, bei 0 Kelvin, das sind minus 273 und ein paar zerquetschte Grad Celsius. Da geht gar nichts mehr. Also überhaupt nichts mehr. Und je näher man an diesen absoluten Nullpunkt rankommt, umso länger dauert es natürlich, bis man feststellt, dass man wirklich dran ist. Also, denn da unten sind ja Veränderungen nicht mehr festzustellen. Zeit, also Zeitmessung, hat ja was damit zu tun, dass sich was verändert. Und da unten, da dauert es eben immer länger, bis man feststellt, dass sich da nichts mehr verändert. Man kommt sehr nah dran, aber man kommt eben nie an die Null. Warum nicht? Weil in der Quantenmechanik, und darum geht es tatsächlich dann da unten, bei allen Grenzen, von denen ich jetzt gleich reden werde, ist die Quantenmechanik eine der wichtigsten Grenzposten. Der Schlagbaum sozusagen, der immer fällt, ist Quantenmechanik, dass nämlich überall im Universum, an jeder Stelle, alle physikalischen Größen, egal welcher Natur, völlig wurscht, sind quantisiert. Und so natürlich eben auch die Energie. Es gibt keine Energie Null, geht nicht. Und das heißt, es ist mindestens von der Größen, und ich mache das immer so, es ist natürlich völliger Blödsinn, weil dieses Planck'sche Wirkungsquantum ist so klein, dass jeder Versuch, es darzustellen, scheitern muss. Es ist eben winzig, absolut winzig. Aber diese winzige Wirkung, die im Universum überall am Werk ist, die gibt es immer, und die ist auch in der Nähe sozusagen, also wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, wir hätten hier die Grenze. Also wir würden jetzt, das Blatt Papier wäre die Grenze, ist ja auch schön, wohl definiert, dann würden wir jetzt praktisch so langsam an den absoluten Nullpunkt eben nur rankommen und rankommen und rankommen, aber wir würden das nie erreichen, nie berühren. Im Übrigen, wenn wir jetzt mit dieser Kamera, wenn die richtig, richtig super stark wäre, und wir würden richtig an dieses Papier herangehen, dann würden wir nämlich alle feststellen, dass auch dieses Papier eine bestimmte Temperatur hat, und dass hier pausenlos Moleküle, ja, ich meine, das löst sich nicht auf, klar, aber dass die zum Beispiel mit den Luftmolekülen zusammenstoßen, hätten wir einen so genauen Blick auf die Welt, wie wir sie bräuchten, um dem absoluten Nullpunkt so fast unmessbar nahe zu kommen. Dann würden wir sehen, dass das Blatt sich aufgelöst hat. Das ist überhaupt interessant. Die physikalischen Grenzen, also das Planck'sche Wirkungsquantum als die Währung, in der alles im Universum bezahlt wird, jede physikalisch relevante Größe ist quantisiert, immer in diesem winzig kleinen H, heißt es, die Abkürzung in der Physik für das Planck'sche Wirkungsquantum, das ist eine der absoluten Grenzen. Die andere absolute, also die hat was mit Max Planck, Max Planck hat sie im Jahre 1900 eingeführt, um ein bestimmtes Strahlungsspektrum zu erzeugen. Das ist eine absolute Grenze, das heißt, es gibt nichts Kleineres als H, nix, gar nix. Also die gesamte Wirklichkeit, jetzt werde ich mal kurz philosophisch, die gesamte Wirklichkeit ist in Paketen von H, völlig egal, was immer man nimmt, ob es nur ein Impuls ist oder Ort oder Zeit oder Geschwindigkeit oder was auch immer, alles ist quantisiert. Das ist eine absolute Grenze, die nicht unterschritten werden kann. Ich meine, gedanklich schon. Ja, gedanklich kann man es schon machen. Also gedanklich könnte man ja praktisch über den Grenzbaum drüber gehen. Ich kann mir doch was Kleineres ausdenken, es gibt ja so eine wunderschöne Geschichte von Efraim Kishon, das, wie hieß sie damals, jüdisches Pokern. Also du denkst dir zum Beispiel eine Zahl, dann denke ich mir eine Zahl. Dann sagst du deine und wenn meine höher ist, habe ich gewonnen. Also könnte man es ja auch bei den kleinen Zahlen machen. Also was ist das Kleinste, Allerkleinste, unter das man nichts mehr nennenswert, vernünftig was denken kann? Als Physiker ist es wohl definiert, völlig klar. Das ist das Planck'sche Wirkungsquandum. Seine Zahl ist 10 hoch minus 34. Also egal in welchen Einheiten, aber es ist eine sehr, sehr kleine Zahl. Und dann gibt es natürlich noch eine andere absolute Grenze. Woher ich das weiß? Ja, das ist ja ganz einfach. Wir messen es. Also es gibt absolute Grenzen in der Physik und die, erstens, die Hypothese ist, h ist eine solche absolute Grenze. Also auch, dass alles quantisiert ist und b, dass man das eben auch genau messen kann. Und genau so ist es. Also alle Messungen sind mit dieser Vorstellung der absoluten Grenze des Planck'schen Wirkungsquandums d'accord. Um mal ein französisches Wort zu verwenden. Dann gibt es natürlich eine andere Grenze, die auch was mit einer großen Theorie zu tun hat. Von der brauchen wir gar nicht groß zu reden, wissen sowieso alle. Ja, das ist der Mann, der damals der Welt die Zunge rausgestreckt hat. Der große Albert Einstein, der in seiner Theorie, in der speziellen Relativitätstheorie schon angefangen hat, ja, die Lichtgeschwindigkeit, so hieß es, die sei völlig unabhängig vom Bewegungszustand der Lichtquelle, die sei immer Lichtgeschwindigkeit, also immer knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde. Es gäbe keine Informationsübertragung im ganzen Universum, die da größer, schneller ist als das. Auch eine absolute Grenze. Man muss sich das mal klar machen. Ausgerechnet die Physik, die ständig davon spricht, ja, ich habe hier eine Hypothese und die muss ich eben durch ein Experiment überprüfen. Ausgerechnet die Physik ist eine Wissenschaft geworden von absoluten Grenzen. Also, ja, fast theologisch, könnte man sagen. In der Theologie geht es um eine absolute Größe wie Gott, in der Physik geht es um absolute Größen wie das Planck'sche Wirkungsquantum, die Lichtgeschwindigkeit und viele andere Dinge, die in der Physik praktisch eingrenzen, wie in so einem Würfel, was kann ich eigentlich physikalisch richtig Sinnvolles über die Welt wissen. Und an der Stelle ist es eben auch mal interessant, sich zu fragen, gäbe es da nicht auch Grenzen unseres Denkens? Hm, ich meine, denken kann man ja viel. Also, es gibt ja die tollsten Sachen, die man denkt. Aber wie ist das mit dem Denken und dem Sein? Natürlich kann ich über fliegende Elefanten nachdenken. Ich kann sie mir auch vorstellen. Nur, wie ist das mit dem Sein? Also, existieren fliegende Elefanten? Gibt es nicht Gründe, weshalb fliegende Elefanten dann doch nicht leben? Da könnte man natürlich evolutionär argumentieren. Fliegende Elefanten, ja, die gab es mal, ganz sicher, aber die sind damals abgestürzt und dann, seitdem haben die sich auch nicht mehr weiter, weiter fortgepflanzt. Also, die sind dann einfach kaputt gegangen. Aber das ist nicht der Grund, worauf ich hinaus will. Die wirkliche Grenze des Denkens besteht darin, dass wir tatsächlich riesige Unterschiede zwischen dem haben, was wir hier oben im Kopf konstruieren könnten, und dem, was außerhalb von uns überhaupt prinzipiell nur möglich ist. In der Tat könnte man allerdings auch eine ganz andere Position einnehmen. Man könnte sich nämlich sagen, es gibt mindestens zwei Wissenschaften, die uns aufzeigen, dass es gar keine Grenzen des Denkens gibt, nämlich Philosophie und Mathematik. Beides Strukturwissenschaften, die aber von Strukturen handeln, die nicht notwendigerweise existieren müssen. Tja, das ist ein Problem. Die Mathematik argumentiert zum Beispiel mit dem Begriff der Unendlichkeit zwischen zwei Zahlen. Aber ich weiß doch, es gibt die Zahl 1 und es gibt die Zahl 2, zwei ganze Zahlen. Das sind die Grenzen zwischen diesen beiden Zahlen. Und was bewegt sich dazwischen? Ein grenzenloses Meer von immer kleineren und 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 kleineren Zahlen. Der Physiker würde sagen, stopp! Ha, es gibt keine kleinere Zahl als mein physikalisches Wirkungsquantum, als mein quantenmechanisches Wirkungsquantum. So ist das. Wir können offenbar tatsächlich sehr, sehr viel mehr denken, als es tatsächlich gibt. Und insofern muss man sich immer die Frage stellen, inwieweit eine Grenzfrage nicht schon die Grenze überschreitet und es damit für uns möglich macht, endlich zu erkennen, dass es tatsächlich absolute Grenzen gibt. Nicht alles, was man denken kann, kann auch existieren. Es gibt absolute Grenzen. Ich kann es nicht ändern. Und diese Sendung hat auch ihre Grenzen. Und die sind jetzt erreicht. Und diese Sendung hat auch ihre Grenzen.